Boah, es ist eigentlich auch ganz geil, wenn man hier immer mal die... Oooooooohaah. Alter, wo kommen die denn schon wieder her? Mann, da bist du mal eine Minute in Ruhe, weißt du? Ruhe gibt's hier, glaub ich, nicht. Boah. Ich weiß nicht, wo ich... Also diese kleinen Angriffe, die halten dich sowas von auf. Vor allem, weil du an mehreren Fronten kämpfen musst, weil die bringen mir hier meine Leute um, die nur diese scheiß Mauer reparieren sollen. Ey, das geht mir auf den Sack. Und kaum, dass du diesen Kacker da mal weg hast, greifen schon wieder die Nächsten an. So, Geld hat aufgegeben. Mann, Mann, Mann. Ja, der, der mich am wenigsten angreift, weißt du, der gibt auch. Ja, aber zumindest einer, der jetzt mal schön die Klappe halten kann. Mir gegenüber war der doch friedlich. Ja, zieh sie mir noch... Der zieht mir die komplett weg? Was ist denn das für ein Scheißer? Ich komm jetzt, ich komm. Ich bin sowas von unterwegs, um dir zu helfen. Ja, du sollst hier keinen runterholen, weil ich hier sterbe. So, ich bin on the road. Mach dir da mal keine Sorgen, hier wird ordentlich aufgebaut. Ich werde niemals Elefanten einsetzen. Die große Kraft der Perser werde ich nicht einsetzen können. Warum nicht? Ja, weil ich sie nicht bauen kann, weil ich da gar nicht zu komme. Weil ich hier... Ohne Burg irgendwo? Ohne Burg irgendwo, genau. Mit wem denn? Mit den drei Leuten, die hier ständig umgebracht werden? Zum Beispiel. Ja, toll. Wie viele... Leute hier wieder übergeblieben sind. Nee, was hat sich das gelohnt? Hör mal. Hm. Wen haben wir denn jetzt noch? Warum bin ich eigentlich... Guck, du bist auf Platz zwei der stärksten Macht hier. Was ist denn los? Schatzi. Schatzi Popazzi. Ich bring dir mich um. Du weißt, irgendwann sehe ich dich wieder. Dann gibt es einem in der Fresse. Aber wie kann der denn alle Bauern umbringen? Wie schafft der das? Wie stark ist dieser Wichser? Hey, die schaffen es nicht zum Tor. Da sind die tot. Das kann doch nicht sein, sowas. Was habe ich denn für eine Luschen-Truppe? Ja, du musst halt gucken, wie du angreifst. Du kaufst gegen Bogenschützen mit Nahkämpfern an. Ach, Hasi, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht hier organisieren, weil ich in Dauerbeschuss bin. Ich kann das nicht organisieren. Ich hatte das vor und schon ist alles wieder untereinander weg. Und er kann machen, was er will. Mann, ich brauche da mehr Zeit für. Ich brauche mehr Ruhe. Ich darf nicht immer der Erste sein, der angegriffen wird. Guck dir das mal an. Das ist wirklich wieder der Erste. Der greift komplett alles an, was ich gerade produziert habe. Die Leute rennen nicht in die richtigen Richtungen. Was ist das denn hier? Ey, die machen mich fertig. Und ständig ist so ein scheiß Bauer im Weg. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Warte, ich bin unterwegs, Bro. Ich helfe dir so gut ich kann. Ich weiß nicht mal, wo ich meine scheiß Truppen sammeln soll. Weil egal, wo ich sie hinpacke, immer wird der irgendwie weggetrieben. Du wirst auch Hardcore bombardiert, ey. In einer Tour. Guck dir das mal an hier. Ey, wie soll ich denn hier jemals irgendwas aufbauen können? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich hab nix mehr. Nix. Alles aufgerieben. Da war aber so ein Unsinn. Es ist alles aufgerieben. Warte, warte. Ich kann... Ich kann nicht mehr voll lachen. Ey, Prusse, du musst mir kurz den Mund halten. Das ist so lustig. Warte, ich will dir... Und Fleisch. Oh Mann, ey. Jetzt kannst du dir bauen, was du willst. Ach, scheiße. Warte, Steinküsse auch. Kannst du noch mal eine Burg bauen. Guck mal, er greift schon wieder meine Leute an. Boah, ey. Ist das lustig. Ist nicht lustig das für ein Arsch. Das ist übertrieben lustig. Boah, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal wieder so viel gelacht habe. Während du lachst über mich, dann werde ich aber böse. Schnell weg hier. Boah, immer dieses Nachproduzieren. Legt mich am Arsch. Mach doch einfach. Du Kackspaten. Du Kackspaten. Man hat aber ordentlich Pferde von mir. Das ist dann kalt gemacht, muss man ja mal sagen. Und die Warteschlange ist voll. Du hast übrigens kein einziges Tor mehr, wo man durchlaufen könnte. Ich hatte auch da ein einziges hier. Ich habe auch nur eins gebaut. Boah, 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 boah. Oh, das ist lustig, ey. Also deine Form von Humor kann ich nicht teilen. Mich riecht sowas auf. Also das am späten Freitag, ne? Alter, ein einziger bringt komplett meine gesamte Aufbautruppe um. Ein einziger schafft das. Guck mal, es ist doch hier alles in Roja-Kambodscha bei dir. Keiner greift dich mehr an. Obwohl, da kommen schon die nächsten Truppen. Aber das kriegen wir auch gebuckt. Siehste, ist doch hier super. Nicht genug Nahrung, daher sind nämlich jetzt die nächsten Probleme. Natürlich, die Probleme, die kommen immer. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, sämtliche Bauern vom Feld zu vertreiben. Wahrscheinlich zu töten. Wie ich ihn kenne. Boah, ich muss mal kurz meine Streitmacht hier erhöhen. Ich brauche einfach neun Bauern, die nix machen, ne? Ich komme zu dir. Ich komme zu dir, Digga. So, ich helfe dir. Ich helfe dir so weit, wie ich kann. Uiuiuiuiuiui. Immer noch zwei Bauern, die hier nix machen. Mann, 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 Mann. Nicht genug Nahrung, ja, toll. Ach, Amodee, du kriegst gleich Amodee. Avanzaar. Ich meine, labern ja auch nur Bullshit, die Einheiten, ne? Widerlich sind die. Da sagst du was. So. Zack. Guck mal. Das wird jetzt die Unterstützung des Jahrhunderts. Glaubet mir. So. Schön alle wieder hier hin. So, dann pass mal auf. Jetzt kommt es nämlich. Militärmacht hier, weißt du? Militärmacht. Mhm. Ja. Glaub mal. Ja, 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 ja. Rekowey. Lass mich raten, ich werde angegriffen. Eventuell. Na, da ist eine Taube. Wahrscheinlich kackt die mich auch zu. Eventuell ist das so. Das sind Dinge, die kann ich dir nicht mehr beantworten. Es ist völlig egal, wo ich meine Einheiten hinstelle. Es findet immer irgendeiner einen Weg, die Einzelnen wegzuziehen und zu töten. Da musst du die auf passive Haltung stellen. Bewegen die sich nicht. Ja, nee, klar. Jeden Einzelnen, wer gerade entwickelt wird, während ich mich um Nahrung kümmere, da mache ich das auch noch mal eben. Gar kein Problem. Wer würde das machen, möchtest? Gibt ja nichts leichteres, weißt du. Hey, da wird's geil. Mann, könnte ich mich schon wieder aufregen. Bin ja froh, dass ich so ein entspannter Mensch bin, weißt du. Ja, ja, bist du auch. Also, ne. Anders würde ich das jetzt auch gar nicht betiteln. Aber du merkst, wir kriegen langsam wieder die Überhand. Hm, ja, ja, ich seh das schon. Ja, ich sag's dir. Also, die können die nicht mehr lange durchhalten hier. Die haben ja auch keine Ressourcen mehr. Nee, mhm. Ja, ja, nee. Da sagt denen das. Die haben ja wie die Verrückten, die hier vollgespreadert mit irgendwelchen Gegnern. Ja. Nee, nee, das musst du denen aber auch sagen, weißt du. Sonst wissen die das nicht. Dass die keine Einheiten mehr haben. Sonst produzieren die einfach noch weiter, weißt du. Weiß, wie sie sind. Vorsicht, sie werden angegriffen. Was? Das erlaubt sich hier einer? Wenn ich dir jetzt sage, du greifst hier an, dann machst du das auch. Passive Haltung, ob wir sagen. So. Ich hab jetzt schon mal ganz viel von dem Otto hier ausradiert. Naja, mach das ruhig alleine. Ich kann ja immer schön als Zielscheibe dienen. Du musst einfach mal da deine Einheiten zusammenkriegen. Da passiert ja nichts da bei dir. Boah, gleich fahr ich da hin und klatsche wirklich. Oh, nicht mehr lange. Ehrlich. Krieg ich ein paar Schellen. Da passiert ja nicht viel, weißt du. Ja. Was soll ich sagen. True Story hier. Da passiert ja nicht viel, weißt du. So, ich komme hier wieder mit neuen Einheiten. Naja, mach du ruhig. Hör mal, die kommen doch gar nicht mehr zu dir durch, die Leute. Du kannst da die ganze Zeit in Ruhe jetzt bauen. Mach ich ja auch. Felder. Maschinen. Alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Jetzt fangen wir wieder an, hier die Leute zu bekehren. Er hat wahrscheinlich schon 98 Burgen, weißt du. Und ich darf hier. Genau zwei Burgen hab ich. Ja, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Oder ist der Tee in die falsche Streute gekommen. Huiuiui. So. Man ist es nicht mehr gewöhnt mit der Maussteuerung. Was versucht er? Er versucht hier immer wieder neue Gebäude hinzubauen, um dich mit Einheiten angreifen zu können. Aber die Gebäude mach ich jedes Mal kaputt. Boah, bist du gemein. Kein Wunder, dass er mich immer angreift. Wenn du so mit dem umgehst. Hm. Ich geb hier mein Bestes, du. Nein, nein, nein. Jedes Mal muss ich mich aufregen in diesem Spiel. Es ist immer das Gleiche. Du musst nicht. Immer das Gleiche. Du musst nicht. Dumm. Du dumm. Jetzt hab ich hier ne Fionca gebaut. Was macht die jetzt? Ne Fionca? Ja. Ja. Die soll irgendwie... Steht hier. Ne Fitoria, Wirtschaftsgebäude. Generiert Ressourcen, ohne dafür Dortmund-Wohner zu benötigen. Schön. Nehme ich überhaupt auf? Ja, funktioniert. Ich höre hier nur noch dieses Kriegshorn. Bist du angegriffen? Brauchst du Hilfe? Muss ich dich mal wieder retten, oder was? Lustigerweise sind die Töten die ganze Zeit noch auf deiner Seite, weil ich dir helfe. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ich schwere dich doch bei dem, weil der mich angreift. Dieser Assi. Farade away. Mämon. So. Mobilisiert die Kräfte, Leute. Konntest du denn jetzt mal ein paar Elefanten bauen? Ne. Nicht genug Nahrung. Weil die fressen ganz schön viel, die Viecher. Muss dir klar sein. Ist mir klar.